Viele haben mich in den Kommentaren gefragt, wie habe ich es eigentlich geschafft, dass ich hier die Star Wars Skins von Epic Games geschenkt bekomme und ob ihr das Ganze auch machen könnt und das möchte ich mal kurz beantworten in diesem Video, wie das Ganze funktioniert, denn das Ding ist so, ich hatte ja in meinem Update Video, bin ich in den Item Shop gegangen, weil es neue Star Wars Skins gibt und ich hatte mich selber ein bisschen erschrocken, warum hier bei mir im Besitz steht und ja, dann bin ich in den Spind gegangen und habe gesehen, dass ich einfach schon die ganzen Star Wars Sachen, die Items hier, Skins und sogar auch ebenfalls hier, Gleiter, Spitzhacken und das Emote, alles schon hier im Spind hatte und auch benutzen kann und ja, wie funktioniert das Ganze oder wieso habe ich das Ganze bekommen, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, denn ich wurde vor einiger Zeit von Epic Games kontaktiert, ob ich doch bei einem Creator Event mitmachen möchte, dort sind auch andere Creator dabei und wir müssen quasi Aufgaben machen, das Ganze läuft im Hintergrund, ihr kriegt davon nichts mit, ist quasi eine eigenständige kleine Gruppe, die das macht und wir müssen halt Aufgaben machen für Epic Games und für diese Aufgaben können wir halt Punkte sammeln und für diese Punkte können wir halt auch Belohnungen bekommen und ab einer gewissen Stufe an Punkten kann man zum Beispiel die Belohnung bekommen, dass man ein paar Skins aus dem Item Shop einfach geschenkt bekommt von Epic Games in den Spind direkt rein und das ist jetzt passiert, also ich habe eine gewisse Punktzahl erreicht, weil ich viele Aufgaben gemacht habe, viele Punkte gesammelt habe und dadurch habe ich jetzt halt hier die Star Wars Skins bekommen, was eine sehr sehr feine Sache eigentlich ist, weil so kann ich euch ja teilweise ein bisschen Sachen früher zeigen und ja, das nur kurz zur Erklärung, ob ihr da selber mitmachen könnt, natürlich aktuell nicht, es sei denn, ihr seid mal Creator selber, macht Videos und werdet natürlich dann von Epic Games selber eingeladen, aber da braucht man natürlich eine gewisse Reichweite, muss schon länger Videos machen und braucht eine gewisse Anzahl an Aufrufen, aber das nur kurz zur Erklärung für euch, dass ich halt auch einfach nicht irgendwie Sachen geschenkt bekomme, sondern auch dafür was machen muss, dass ich die Sachen auch bekomme. Ja, das kurz zur Erklärung, dass ihr auch Bescheid wisst, dass das Ganze auch transparent ist hier, weil ich habe echt viele Kommentare gelesen, wie geht das, wieso hast du die bekommen, kann man das auch machen und das nur kurz zur Info für euch und ja, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, hoffe ich zumindest und haut rein, ciao.